Liebe Studierende, willkommen zur heutigen Vorlesung. Wie immer möchte ich kurz wiederholen, was wir das letzte Mal gemacht haben, zumindest das Wesentliche. Wir haben uns zunächst beschäftigt mit der gemeinsamen Verteilung von Trefferanzahlen, die haben wir x1 bis xs genannt, und zwar aus n unabhängigen, gleichartigen Versuchen, und jeder Versuch hatte s mögliche Ausgänge. Wir hatten gesehen, dass diese gemeinsame Verteilung die Multinomialverteilung ist, mit Parametern n und p1 bis ps. Dabei muss ich noch erklären, was diese pj sind. pj ist die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer j-art. Die ist für jedes Experiment gleich. Wir hatten dann gesehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau k1 Treffer 1. Art habe, genau k2 Treffer 2. Art und so weiter, genau ks Treffer 1. Art gegeben ist durch diesen Ausdruck, bei dem vorne der Multinomial-Koeffizient n-Fakultät steht, dividiert durch Produkt der einzelnen kj-Fakultät, und wir hatten auch gesehen, wie dieser sich kombinatorisch ergibt. Zum anderen haben wir dann eine Bernoulli-Kette betrachtet, mit einer Trefferwahrscheinlichkeit, die positiv ist und strikt kleiner als 1, und hatten dann betrachtet die Anzahl, die haben wir Groß-X genannt, der Nieten vor dem ersten Treffer als Zufallsvariable, und hatten für diese Zufallsvariable eine Verteilung hergeleitet, die haben wir geometrische Verteilung genannt und mit Groß-G abgekürzt, und p ist der Parameter, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau k Nieten vor dem ersten Treffer habe, also p von x gleich k, ist nichts anderes als 1 minus p hoch k mal p, und hier ist k eine beliebige natürliche Zahl oder auch die Null. Für diese Verteilung hatten wir hergeleitet, mit Hilfe der geometrischen Reihe, einmal den Erwartungswert, wenn x also eine geometrische Verteilung hat, dann ist der Erwartungswert gegeben durch 1 minus p, dividiert durch p, und die Varianz ist gegeben durch 1 minus p durch p². Das hatten wir elementar ausgerechnet mit der ersten und der zweiten Ableitung der geometrischen Reihe. Wir haben dann das Experiment verallgemeinert und haben gefragt nach der Anzahl der Nieten vor dem r-ten Treffer und hatten gesehen, dass diese Zufallsvariable eine negative Binomialverteilung hat, kurz Nb mit r und p als Parametern. Ich schreibe wieder x für diese Zufallsvariable. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau k Nieten vor dem r-ten Treffer habe, ist dieser Ausdruck, bei dem vorne der Binomialkoeffizient k plus r minus 1 über k steht. Auch den hatten wir kombinatorisch hergeleitet und dann 1 minus p hoch k mal p hoch r. Wir hatten dann zuletzt gesehen, dass diese Verteilung das Adjektiv negativ im Namen führt, weil wir diesen Binomialkoeffizienten vorne schreiben können als minus 1 hoch k und jetzt kommt es minus r über k. Und der Rest bleibt dann aus dem Grunde heißt die Verteilung negative Binomialverteilung. Wir werden uns jetzt mit dieser Verteilung etwas beschäftigen und zunächst möchte ich Ihnen Stabdiagramme zeigen. Der erste Fall, sehen Sie, da ist p gleich 0,8, die Trefferwahrscheinlichkeit und wir fragen nach der Anzahl der Nieten vor dem zweiten Treffer, r ist 2. Schauen Sie sich die Stabdiagramme an, an der Stelle 0, also für k gleich 0, wäre das die Wahrscheinlichkeit 0 Nieten vor dem zweiten Treffer und das heißt gleich ein Treffer und noch ein Treffer und da die Trefferwahrscheinlichkeit 0,8 ist, wäre diese Wahrscheinlichkeit 0,8 zum Quadrat, also das Stabdiagramm startet in der Höhe 0,64. Rechts sehen Sie jetzt den Fall p gleich 0,5, auch hier Anzahl der Nieten vor dem zweiten Treffer und hier sieht man auch in der Höhe 0 würde das bedeuten sofort zwei Treffer und da die Trefferwahrscheinlichkeit 1,5 ist, ist die Höhe des Stabdiagramms hier dann 0,25, ein Viertel. Das nächste Stabdiagramm links unten, da sieht man, die Trefferwahrscheinlichkeit ist 0,8 wie direkt drüber, aber jetzt ist r gleich 3 und hier zählen wir die Zahl der Nieten dann vor dem dritten Treffer und die Wahrscheinlichkeit, dass da 0 Nieten rauskommen, bedeutet drei Treffer hintereinander und da die Trefferwahrscheinlichkeit 0,8 ist, wäre das 0,8 hoch 3 und das ist 0,512. Sie sehen, das Stabdiagramm fängt an in einer Höhe, die etwas größer als 0,5 ist. Zu guter Letzt der Fall p gleich 0,5 und hier wieder r gleich 3 und auch hier sehen Sie direkt drei Treffer zu haben, heißt ein Halb mal ein Halb mal ein Halb, ist also ein Achtel, das heißt, die Stabdiagramm beginnt in der Höhe 0,125. So, wir überlegen uns jetzt, dass die Summe der Wahrscheinlichkeiten, die wir dort haben, für die negative Binomialverteilung gleich 1 sein muss und zu diesem Zwecke möchte ich dieses Memo hier oben angeben, nämlich wie der Binomialkoeffizient aussieht, mit diesem negativen, mit dem Minus R in den Binomialkoeffizienten rechts. Und hier kommt noch ein ganz, ein weiteres wichtiges Memo, nämlich eine Reihe, die Sie vermutlich in der Analyse kennengelernt haben, nämlich 1 plus x hoch Alpha. Dabei ist Alpha eine beliebig reelle Zahl, ist die Reihe Summe k von 0 bis unendlich Alpha über k mal x hoch k x Betrag kleiner 1. Das ist die berühmte Binomialreihe. Kann zeigen, dass hier der Konvergenzradius 1 ist. Sie dürfen also im Bereich x Betrag kleiner 1 unter anderem auch beliebig oft differenzieren unter dem Summenzeichen. Und diese Binomialreihe werden wir jetzt brauchen. Sie werden auch sehen, warum. Also wir möchten gern nachweisen, dass die Summe der Wahrscheinlichkeiten x gleich k, k von 0 bis unendlich gleich 1 ist. Fangen wir an. Summe k von 0 bis unendlich p von x gleich k. Ich setze für die Wahrscheinlichkeit ein, was p von x gleich k ist. Sie sehen diesen Binomialkoeffizienten 1 minus p hoch k mal p hoch r. Nun, das erste Memo sagt, wir können diesen Binomialkoeffizienten ersetzen durch minus 1 hoch k mal minus r über k. Das machen wir mal. Den Rest lassen wir unverändert. Aber wir erkennen natürlich auch, wir können das p hoch r vor die Summe ziehen, was ganz hinten steht, denn das hängt von k nicht ab. Und dann haben wir hier ein minus 1 hoch k stehen und haben natürlich auch ein 1 minus p hoch k. Und das kann man zusammenbringen als minus Klammer auf 1 minus p Klammer zu hoch k. Das heißt, wir können das in der Form schreiben. p hoch r, erstmal nach vorne gezogen. Dann die Summe k von 0 bis unendlich. Und dann steht hier minus r über k mal minus 1 minus p in Klammern hoch k. Ja, und jetzt sehen Sie sich das Memo an, das zweite mit der Binomialreihe. Da sehen Sie das Alpha, das da im Memo steht. Alpha über k ist jetzt bei uns minus r. Und das x, was in der zweiten Reihe im Memo steht, ist bei uns unten das minus 1 minus p. Ja, und das bedeutet, wir haben hier p hoch r mal, sehen Sie sich das zweite Memo an, 1 plus minus 1 minus p in Klammern hoch minus r. Und 1 und minus 1, die heben sich weg. Und dann bleibt da stehen minus minus p, also plus p. Also steht da p hoch r mal p hoch minus r. Und das ist 1. Und damit haben wir nachgewiesen, dass die Summe der Wahrscheinlichkeiten wirklich eins ist. Sehen, wie wichtig in dem Zusammenhang die Kenntnis dieser Binomialreihe ist. Und dann wird alles ganz einfach. Ja, ich lasse dieses Memo noch mal aufpoppen, die Binomialreihe. Wir werden sie nämlich jetzt noch mal brauchen. Und zwar möchte ich das im Vorgriff machen auf eine wichtige Eigenschaft, die wir gleich kennenlernen werden. Ich schreibe mal das ab, was oben im Memo steht. Ich setze nur Alpha gleich minus r und führe nur einen anderen Summationsindex ein, den nenne ich jetzt mal m. Dann steht hier 1 plus x hoch minus r ist Summe m von 0 bis unendlich minus r über m über m. Genauso mache ich das, indem ich 1 plus x hoch minus s nehme. Auch hier dafür die Binomialreihe einsetze. Ich nehme jetzt nur den Summationsindex n. Das heißt, jetzt steht hier Summe n von 0 bis unendlich minus s über n mal x hoch n. Ich mache es noch ein drittes Mal, indem ich jetzt 1 plus x hoch minus klammer auf r plus s nehme. Auch hier setze ich die Binomialreihe im Memo ein mit Alpha gleich r plus s gleich minus r plus s in Klammern und nehme jetzt hier den Summationsindex k, wie er oben steht. Also wäre das Summe k von 0 bis unendlich minus klammer auf r plus s klammer zu über k mal x hoch k. Wir werden jetzt eine Identität bekommen, die sich ergibt, wenn wir zwei Potenzreihen miteinander multiplizieren. Wir nehmen nämlich hier 1 plus x hoch minus r plus s, wie es oben steht, schreiben das aber als 1 plus x hoch minus r mal 1 plus x hoch minus s und setzen jetzt für die beiden Faktoren die beiden Reihen ein, die wir in der zweiten Zeile haben. Das heißt, bei der ersten wäre das die Summe über m minus r über m mal x hoch m und bei der zweiten die Summe über alle n minus s über n mal x hoch n. Das heißt, ich erhalte beim Multiplizieren eine Doppelsumme. Da laufen m und n von 0 bis unendlich und dann steht da minus r über m mal minus s über n und jetzt hätte ich dann x hoch m mal x hoch n und das ist x hoch m plus n. Ja, wie kann man hier weiter vorgehen? Das Produkt zweier solcher Potenzreihen haben Sie in Analysis kennengelernt. Das führt dann auf die Bildung des sogenannten Cauchy-Produktes. Wir sortieren nach gleichen Exponenten m plus n. Wir nennen diesen Exponenten mal k. Dann läuft k von 0 bis unendlich. Und jetzt müssten wir summieren über alle Paare m und n mit der Eigenschaft, dass m plus n gleich k ist. Da die Summe festgelegt ist, haben wir nur in dem Paar eine freie Komponente, m. Und das m nenne ich jetzt mal j. Das heißt, ich hätte eine Summe j von 0 bis k, neutraler Buchstabe, und dann hätte ich minus r über j und jetzt minus s über k minus j. Und dann steht da x hoch k. Und wenn Sie jetzt diesen Ausdruck vergleichen, den wir jetzt hier haben, das heißt, wir haben jetzt diesen Ausdruck und vergleichen ihn mit dem und machen einen Koeffizientenvergleich, dann sehen Sie natürlich, dass, weil die Koeffizienten übereinstimmen müssen, das ist ein Identitätssatz für Potenzreihen, bekommen wir natürlich raus, also erstmal, das ist das Cauchy-Produkt, das wollte ich nochmal der Deutlichkeit all bei hinschreiben, bekommen wir diese wichtige Identität raus, dass minus r plus s in Klammern über k gleich der Summe ist j von 0 bis k minus r über j mal minus s über k minus j. Und diese Identität, die werden wir gleich noch gebrauchen. Wir werden nämlich jetzt einen Zusammenhang feststellen zwischen der geometrischen Verteilung und der negativen Binomialverteilung. Offenbar gilt diese Identität, denn wenn wir auf den ersten Treffer warten, r gleich 1, liegt die Situation vor, die zur geometrischen Verteilung führte. Besteht jetzt ein Zusammenhang zwischen der negativen Binomialverteilung und der geometrischen Verteilung auch für r größer gleich 2? Und Sie werden sofort einsehen, dass der besteht. Denn hier habe ich Ihnen mal eine Realisierung einer Bernoulli-Kette aufgeschrieben bis zum fünften Treffer. Sie sehen, diese Bernoulli-Kette beginnt mit zwei Nieten, dann kommt der erste Treffer. Danach schließen sich wieder vier Nieten an, dann kommt der zweite Treffer. Danach kommen zwei Nieten, dann der dritte Treffer, dann sehen Sie fünf Nullen, also fünf Nieten, dann der vierte Treffer und dann gibt es sieben Nieten und es kommt der fünfte Treffer. Diese Zahl der Nieten vor dem ersten Treffer, in dem Fall sind es zwei, ist Realisierung einer Zufallszweihabe. Wir wollen sie mal x1 nennen. Ich mache das noch bei den anderen, das heißt, das ist x1. Jetzt sehen Sie die Zahl der Nieten nach dem ersten Treffer, aber vor dem zweiten Treffer, nennen wir die x2, dann nimmt x2 in unserer Realisierung den Wert 4 an. Die nächste Zufallszweihabe x3 bezeichnet die Zahl der Nieten zwischen dem zweiten und dem dritten Treffer. In unserer konkreten Realisierung nimmt sie auch den Wert 2 an und x4, die Zahl der Nieten zwischen dem dritten und vierten Treffer, nimmt bei uns im Beispiel den Wert 5 an. Zu guter Letzt haben wir noch die Zahl der Nieten zwischen dem vierten und fünften Treffer. Sie sehen, hier wird der Wert 7 angenommen in der Realisierung. Das Entscheidende ist, dass die Zahl der Nieten bis zum fünften Treffer offenbar eine Summe von Zufallszweihaben ist, nämlich Zahl der Nieten vor dem ersten Treffer und dann immer die Anzahl der Nieten zwischen dem j und j plus ersten Treffer für j von 1 bis 4. Und das ist die Struktur, die wichtige, die die negative Binomialverteilung hat. Die Vermutung könnte jetzt sein, und hier sollte ich Folgendes noch sagen, wenn wir zwei Nieten vor dem ersten Treffer beobachten, oder noch besser gesagt, ganz egal wie viele Nieten wir vor dem ersten Treffer beobachten wegen der Gedächtnislosigkeit der geometrischen Verteilung, wird die Bernoulli-Kette nach dem ersten Treffer quasi wie neu geboren. Und die Zahl der Nieten dann bis zum zweiten Treffer sollte stochastisch unabhängig sein von der Zahl der Nieten bis zum ersten Treffer und sollte wieder die gleiche geometrische Verteilung haben. Und das gilt auch für die anderen x3, x4, x5. Also die Vermutung allgemein ist die, wenn ich eine negative Binomialverteilung habe mit Parametern r und p, dann sollte dieses x die Zahl der Nieten bis zum r-ten Treffer die gleiche Verteilung haben. Sie sehen, die Symbolschlange heißt gleiche Verteilung wie eine Summe x1 plus und so weiter plus xr, wobei diese x1 bis xr stochastisch unabhängig sind und die gleiche geometrische Verteilung mit Parameter p haben sollten. Das ist eine Vermutung. Und die wollen wir jetzt beweisen. Das ist das Struktur- und Additionsgesetz für die negative Binomialverteilung. Nämlich der erste Teil, wenn ich unabhängige Zufallsvariablen habe, x1 bis xr, und die haben alle die gleiche geometrische Verteilung, dann hat deren Summe die negative Binomialverteilung mit Parametern r und p. Der zweite Teil, wenn ich zwei Zufallsvariablen habe, die unabhängig sind und die eine habe eine negative Binomialverteilung mit Parametern r und p und die andere eine mit Parametern s und p, dann sollte, ich sollte sagen, dann hat, sollte, kommen wir gleich zu, dann hat die Summe eine negative Binomialverteilung mit Parametern r plus s und p. Warum sollte? Nun, dieses Ergebnis könnte intuitiv klar sein, denn wenn Sie eine Bernoulli-Kette beobachten, und zwar bis zum Auftreten des r plus s-ten Treffers, zählen also die Zahl der Nieten davor, dann zerfällt diese Zahl zum einen in die Zahl der Nieten bis zum r-ten Treffer und dann die restlichen Nieten nach dem r-ten Treffer, aber dann bis zum r plus s-ten Treffer. Und diese beiden Zufallsvariablen sollten stochastisch unabhängig sein und diese negativen Binomialverteilungen besitzen. Wir werden gleich b beweisen. Es reicht b zu beweisen, denn aus b folgt recht schnell a. Wenn Sie sich b ansehen und betrachten mal den Spezialfall, dass r und s gleich 1 sind, dann wäre die Voraussetzung, dass x und y jeweils eine geometrische Verteilung haben mit Parameter 1 und dann sagt der Schluss in b, die Summe hat dann eine negative Binomialverteilung mit 2 und p. Das bedeutet, Sie hätten a bewiesen mit r gleich 2. Und durch Induktion, Sie brauchen dafür auch das Blockungslemma, sieht man dann schnell ein, dass aus b a folgt. Überlegen Sie sich das bitte selbst. Wir beweisen jetzt b. Hierzu nochmal ein Memo, nämlich diese Identität, die wir eben nachgewiesen hatten für den Binomialkoeffizienten minus Klammer auf r plus s über k und zum anderen nochmal diese Darstellung des Binomialkoeffizienten k plus r minus 1 über k mithilfe eines Binomialkoeffizienten, wo der obere Teil negativ ist, also mithilfe von minus r über k. Wir müssen die Wahrscheinlichkeit, dass x plus y und über die Verteilung von x plus y wollen wir eine Aussage machen, den Wert k annimmt, soll die Wahrscheinlichkeit sein einer negativen Binomialverteilung mit Parametern r plus s und p. Wie kann man rangehen? Und wir haben hier eine Methode, eine schlagkräftige, um die Verteilung einer Summe von unabhängigen Zufallsvariablen zu bestimmen. Und das ist die sogenannte diskrete Faltungsformel. Und die Formel besagt, nun summiere auf, die Summe geht hier über Werte j von 0 bis k, schau dir die Werte an, die x annehmen kann, das sei j, und dann muss y automatisch den Wert k minus j annehmen, sonst kann die Summe nicht gleich k sein. Und wegen der Unabhängigkeit ist das das Produkt der beiden einzelnen Wahrscheinlichkeiten. Was wir jetzt machen ist, wir setzen nur für die Wahrscheinlichkeiten nach dem Summenzeichen die Ausdrücke der jeweiligen negativen Binomialverteilung ein. Erstmal diese Formel, die Faltungsformel möchte ich zur Deutlichkeit nochmal sagen. Das heißt, wir haben jetzt aber die Summe und für die erste Wahrscheinlichkeit haben wir diesen Ausdruck von der negativen Binomialverteilung von x her. Wir sehen hier das r an zwei Stellen im Binomial-Koeffizienten und hinten bei dem p und dann natürlich das j. Und entsprechend bei dem y setzen wir ein, jetzt sehen Sie hier mehrfach das k minus j, weil der y den Wert k minus j annehmen soll. Und anstelle von r ist hier der Buchstabe s. So, wenn man sich das ansieht, um es zu vereinfachen, dann stellt man erst mal fest, dass hier der Faktor vorkommt 1 minus p hoch j. Und hier 1 minus p hoch k minus j. Das kann man natürlich wunderschön zusammenfassen zu 1 minus p hoch k. Und dann sieht man noch ein p hoch r und ein p hoch s. Und das kann man zusammenfassen zu p hoch r plus s. Und beides hängt nicht ab von dem Summationsindex j. Und insofern können wir hier vereinfachen und können sagen, wir können 1 minus p in Klammern hoch k nach vorne ziehen und p hoch r plus s. Und was jetzt überbleibt, ist die Summe des Produktes der beiden Binomialkoeffizienten. Und jetzt wenden wir das Memo an in der ersten Seile und zwar den zweiten Teil. Das heißt, jeden dieser Binomialkoeffizienten können wir schreiben anders, wobei ein minus 1 hoch eine Potenz auftritt. Nämlich vorne, das bleibt alles wie es ist. Und den ersten können wir schreiben als minus 1 hoch j mal minus r über j. Sie sehen, das ist nichts anderes als das Memo dort oben, wobei wir nur das k durch j ersetzen. Und den zweiten auf die gleiche Art und Weise minus 1 hoch k minus j. Und hier steht hier minus s über k minus j. Und wenn Sie sich jetzt hier die minus 1 ansehen, minus 1 hoch j mal minus 1 hoch k minus j ist minus 1 hoch k. Das können wir vor die Summe ziehen. Das hängt nicht von j ab. Machen wir das mal. Das erste lassen wir. Und dann ziehen wir noch minus 1 hoch k vor die Summe. Und jetzt bleibt die Summe über j von 0 bis k minus r über j mal minus s über k minus j. Und nun schauen wir auf das Memo oben links. Diese Summe ist nichts anderes als der Binomialkoeffizient minus r plus s in Klammern über k. Also alles andere bleibt. Und das können wir jetzt wieder anders schreiben. Das Produkt der beiden letzten Faktoren, das ziehe ich jetzt mal nach vorne. Das ist dieser Binomialkoeffizient und dann bleibt über 1 minus p hoch k mal p hoch r plus s. Und wenn Sie das vergleichen, dann stellen Sie natürlich jetzt hier fest, steht hier insbesondere das r plus s. Das r plus s kommt auch hier vor. Und dann sehen Sie natürlich dieses k hier, das k da und das k. Und das ist genau das, was wir zeigen wollten mit der Wahrscheinlichkeit, dass x plus y gleich k ist, nämlich die negative Binomialkoeffizient, die negative Binomialkoeffizient, Entschuldigung, mit Parametern r plus s und p. So, ich mische das mal wieder weg. Mit dem Additionsgesetz kann man jetzt unmittelbar Erwartungswert und Varianz angeben der negativen Binomialverteilung, ohne wieder rechnen zu müssen wie bei der geometrischen Verteilung. Man könnte rechnen, Sie können es probieren, indem Sie jetzt mit der Binomialreihe arbeiten und mit deren erster und zweiter Ableitung. Aber es geht ohne. Nämlich, wir haben eingesehen, wenn x so eine negative Binomialverteilung hat mit Parametern r und p, dann ist der Erwartungswert r mal 1 minus p durch p, Entschuldigung, das ist zu zeigen. Das ist zu zeigen, diese Dinge sind zu zeigen. Diese Dinge sind zu zeigen und die Varianz ist r mal 1 minus p dividiert durch p Quadrat. Die Begründung ist jetzt hier eine ganz einfache. Wenn x1 bis xr unabhängig sind und je geometrisch verteilt mit Parametern p, dann haben wir für jedes xj das, was wir schon bewiesen haben, nämlich der Erwartungswert von xj ist 1 minus p durch p und die Varianz von xj ist 1 minus p dividiert durch p Quadrat. Und jetzt kommt unsere Erkenntnis von eben, nämlich, dass x hat die gleiche Verteilung wie x1 plus plus und so weiter plus xr. Und damit hat das x auch den gleichen Erwartungswert und die gleiche Varianz wie x1 plus und so weiter plus xr. Das bedeutet, e von x muss sein der Erwartungswert von der Summe der xj. Wir wissen, der Erwartungswert ist additiv. Das ist nichts anderes als die Summe der einzelnen Erwartungswerte und die sind alle 1 minus p durch p. Und deshalb kommt da noch der Faktor r dran, r mal 1 minus p durch p. Und bei der Varianz ist es genauso. Die Varianz von x ist die Varianz dieser Summe und jetzt kommt die Unabhängigkeit. Wegen der Unabhängigkeit ist die Varianz der Summe gleich Summe der Varianzen. Es treten keine Kovarianzen auf. Und die Varianzen, sehen Sie oben rechts, sind alle 1 minus p durch p Quadrat. Also kommt hier der Faktor vor, r mal 1 minus p dividiert durch p Quadrat. Sie sehen, dass dieses Struktur- und Additionsgesetz einem dann sehr einfach Erwartungswert und Varianz der negativen Binomialverteilung liefert. Ja, ich möchte Sie jetzt mal mit einem Selbsttest konfrontieren, mal so ganz außer der Reihe. Und zwar ist das so eine typische Frage, die man manchmal zum Warmwerden bei einer Staatsexamensprüfung stellen kann. Sie könnten sie aber auch schon guten Schülerinnen und Schülern stellen. Und die Frage ist ganz simpel, ein echter Würfel wird in unabhängiger Folge geworfen. Und die Frage ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt die dritte 6 im 16. Wurf auf? Und es gibt jetzt verschiedene Lerntypen von Studierenden. Also erfahrungsgemäß gibt es jetzt Studierende, die haben die negative Binomialverteilung kennengelernt und versuchen, diese Fragestellung zu übersetzen. Ich möchte das aber erst als zweite Lösung angeben. Es gibt aber auch Studierende, die sind so locker, dass sie da noch mal ganz neu rangehen, wie wir das gemacht haben, zu Beginn. Nun, die sagen sich, die dritte 6 im 16. Wurf heißt, im 16. Wurf ist eine 6 und davor sind genau zwei Sechsen. Die müssen sich irgendwie auf die 15 Würfe davor verteilen. Da gibt es 15 über zwei Möglichkeiten, die beiden Sechsen zu spezifizieren, wo sie auftreten sollen. Nun, die anderen Versuche, das sind 13, ergeben alle keine 6. Und die Wahrscheinlichkeiten multiplizieren sich. Also sollte die Wahrscheinlichkeit sein, das ist dann die Antwort, die Wahrscheinlichkeit ist 15 über 2 mal 5 Sechstel hoch 13 mal, und die Wahrscheinlichkeiten für die beiden Sechsen auf diesen Plätzen von 1 bis 15, 1 Sechstel zum Quadrat und jetzt nicht vergessen, mal ein Sechstel, denn im 16. Wurf soll auch eine 6 auftreten. Also das würden sie angeben und damit wäre ich auch voll und ganz zufrieden. Aber es gibt auch Studierende, die erinnern sich an die negative Binomialverteilung und haben die Formel auswendig gelernt und sagen hier, dritte 6 heißt r gleich 3. Die 6 ist offenbar hier der Treffer, die Trefferwahrscheinlichkeit ist ein Sechstel und ich habe 13 Nieten, also 13 Nieten vor der dritten 6 und die Wahrscheinlichkeit ist dann negative Binomialverteilung 13 plus 3 minus 1 über 13. Allgemein stand da eben k plus r minus 1 über k und dann 1 minus p hoch 13 mal p hoch 3, wobei p gleich 1 Sechstel ist. Und wenn Sie das ausrechnen, kommt raus, etwas über 5 Prozent ist dann die Wahrscheinlichkeit. Also das wäre eine einfache Verständnisfrage nochmal zur negativen Binomialverteilung. Mit solchen Fragen könnten Sie später auch mal konfrontiert werden von Schülerinnen und Schülern. Ja, ich möchte jetzt zu einem Abschnitt kommen, der bei Wartezeitverteilungen auf keinen Fall fehlen darf. Nämlich Sammelbilderprobleme. Solche Sammelbilderprobleme, im Englischen werden sie Coupon-Kollektor-Probleme genannt, treten in vielen Zusammenhängen auf. Ich möchte Ihnen mal hier erstmal ein Bild zeigen. Jeder von Ihnen hat sicherlich sowas schon mal gesehen. Das ist aus einem Bundesliga-Sammelalbum, was vor ungefähr 30 Jahren mal eines meiner Kinder gesammelt hat. Sie sehen dort zum Teil schon eingeklebte Bilder, zum Teil noch leere Fächer. Es dreht sich natürlich darum, dieses Album zu füllen. Ich selbst habe gesammelt, als es die erste Bundesliga-Saison gab und die Firma, die damals die Alben rausgegeben hat, existiert heute noch und gibt Alben raus und hat ganz, ganz, ganz viel Geld verdient. Und wir sehen auch bald, warum das der Fall ist. Nun, wie kann ich das Problem etwas neutral und etwas abstrakter beschreiben? Ich habe N leere Fächer. Und die Fächer, konkret können Sie sich die Fächer im Sammelalbum vorstellen, die Plätze, wo die Bilder reingeklebt werden sollen. Und es kommt nun eine Zufallskomponente rein. Rein zufällig werden S der N-Fächer ausgewählt. Und in jedes dieser S-Fächer wird ein Teilchen gelegt. Ich möchte das als Besetzungsvorgang nennen. Später sage ich dann auch ganz kurz dazu eine S-Auswahl. Das heißt, es werden S der N-Fächer rein zufällig ausgewählt. Sie sehen hier schon eine Modellannahme. Wir nehmen an, dass jede der N über S möglichen Auswahlen der S-Fächer für diese Teilchen gleichwahrscheinlich ist. Ob das bei konkreten Sammelbilderproblemen der Fall ist, ist eine ganz andere Frage. Es könnten durchaus sein, dass gewisse Fächer unwahrscheinlicher sind. Und was sich dann ergibt, dass es dann für Sie beim Sammeln im Prinzip ungünstiger wird, werden wir in einer Übungsaufgabe behandeln. Nun, das Entscheidende ist, der Besetzungsvorgang wird in unabhängiger Folge wiederholt. Wir nehmen jetzt auch an, beim stochastischen Modell, dass eben die Unabhängigkeit nehmen wir an, von Besetzungsvorgang zu Besetzungsvorgang. Also die Auswahlen, die ich bisher hatte, haben keinerlei Bewandtniswahrscheinlichkeitstheoretisch auf zukünftige Auswahlen und den reinen Zufall. Ich nenne mal Xn, die Anzahl, die zufällige Anzahl der Besetzungsvorgänge, bis jedes Fach belegt ist. Das ist natürlich die entscheidende Größe für einen jeden Sammler. Er möchte die Fächer alle belegen. Und das ist natürlich dann hier die entscheidende Zufallsvariable. Welche Verteilung besitzt Xn? Das ist natürlich hier eine entscheidende Frage. Aber bevor wir die Verteilung von Xn bestimmen, möchte ich Ihnen noch ein paar konkrete Beispiele angeben. Nämlich ein sehr einfaches Beispiel ist der Fall n gleich 6 und S gleich 1. Und n gleich 6, wir haben sechs Fächer. Sie verteilen immer ein Teilchen. Sie können natürlich das rein zufällige Verteilen eines Teilchens in eines von sechs Fächern auch deuten, als Wurf eines echten Würfels und Beobachtung der Augenzahl. Dann ist hier die Frage, wie oft muss man würfeln, bis jede Augenzahl aufgetreten ist? Wir können also dieses Würfelproblem als ein Sammelbilderproblem deuten, mit sechs Fächern und S gleich 1. Zweites Beispiel. N gleich 49, S gleich 6. Nun das, die Zahl 49 deutet schon an. Es dreht sich hier ums Lotto. Wie viele Lotto-Ausspielungen sind nötig, bis jede Zahl Gewinnzahl ist? Sehen also, das Sammelalbum hier sind die 49, besteht aus 49 Fächern. Und bei jeder Ausspielung werden sechs Zahlen angekreuzt. Das sind die sechs Teilchen, die in sechs verschiedene Fächer fallen. Und das Sammelalbum ist genau dann voll, wenn jede Zahl Gewinnzahl war. Noch ein drittes Beispiel. N gleich 640, S gleich 5. Das ist die Zahl der Fächer bei dem aktuellen Album zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Vor vier Jahren waren es noch 570, jetzt sind es 640 Fächer. Und in jeder Tüte, die Sie kaufen, mit Fußballbildern, sind S gleich 5 verschiedene drin. Sicherlich kennt der ein oder andere Sammelbilder Probleme noch im anderen Zusammenhang. Zum Beispiel, Stichwort Überraschungseier. Oder auch Fußball-Bundesliga. Jedes Jahr wieder neu werden Alben rausgegeben. Und vielleicht kennt man noch andere Beispiele. Sie sehen also, solche Sammelbilder Probleme kommen häufig vor. Und wir wollen uns jetzt beschäftigen mit der Verteilung von XN. Nochmal das Memo. XN ist die Anzahl der Besetzungsvorgänge, bis jedes Fach belegt ist. Zunächst mal überlegen wir uns, wie viele Besetzungsvorgänge brauche ich mindestens, bis ich eine vollständige Serie habe. Ich nenne diese Mindestzahl mal A. Nun, also bestenfalls passiert Folgendes. Mit dem ersten Besetzungsvorgang belege ich ja S-Fächer. Und mit dem zweiten, wenn ich dann weitere S-Belege, also keinerlei Doppelte habe in der Tüte, geht es mir natürlich gut. Und wenn ich mit dem dritten, mit dem dritten Vorgang weitere S-Belege, noch besser. Also ohne Doppelte, wenn das so weitergehen würde, nun, wie oft geht S auf? In den N. Nun, ich muss mindestens so viele Tüten kaufen, ich nenne die Anzahl mal M, die Mindestanzahl M, derart, dass M mal S mindestens N ist, größer gleich N ist. Oder, wenn ich durch S teile, M muss mindestens N durch S sein. Also ist diese Anzahl, die Mindestanzahl, das kleinste M mit der Eigenschaft, dass M größer gleich N durch S ist. Und das bezeichne ich mit diesem Symbol, dass die obere Gauss-Klammer oder auch Dach-Funktion oder auch Ceiling-Funktion das kleinste M derart, dass M größer gleich N durch S ist. Nun, die Zufallszahle XN nimmt natürlich dann diesen Wert als Mindestwert an, aber nach oben sind keinerlei Grenzen gesetzt. Theoretisch ist nicht ausgeschlossen, dass Sie hundertmal hintereinander die gleichen S-Fächer besetzen und Sie haben nichts gewonnen. Das bedeutet, die Werte sind alle Werte von A aufwärts. Das ist also jetzt der Wertebereich. Aber die Frage ist, wie komme ich an die Verteilung? Und wenn Sie jetzt an die Fahrtregel denken, werden Sie große Probleme haben. Nämlich, wie eben schon gesagt, es ist klar, beim ersten Vorgang haben Sie S verschiedene Fächer belegt. Aber schon, beim zweiten Vorgang kommt es ja darauf an, wie viele zusätzliche Sie belegen. Sie müssen mehrere Fälle unterscheiden. Entweder die beiden, und ich spreche jetzt wieder im Sinne des Sammelalbums, Tüteninhalte sind disjunkt, oder, dann würden Sie natürlich S weitere Bilder einkleben können, oder sie sind nicht disjunkt. Dann können Sie natürlich einen Schnitt haben, ein Bild, zwei Bilder, drei Bilder und so weiter. Theoretisch können Sie nichts Neues dazu bekommen. Das heißt, es wird schon beim Übergang vom ersten Besetzungsvorgang zum zweiten kompliziert. Aber wir werden jetzt eine Methode sehen, die sehr schnell zum Ziel führt, sodass Sie die Verteilung von xn wirklich in geschlossener Form schön angeben können. Und dazu führe ich mal ein, für jedes j von 1 bis n, also j nummeriert die Fächer durch, eine Zufallsvariante wj. Und wj ist folgendes, ich sehe mir nur das Fach j an und sehe mir an, kommt eines dieser S-Teilchen, die verteilt werden, in das Fach j, ja oder nein. Ich sehe das als Treffer an, wenn ein Teilchen in Fach j kommt, ansonsten als Niete. Und wenn ich dann sage, wj ist die Anzahl der Besetzungsvorgänge, bis Fach j mindestens ein Teilchen enthält, und ich würde Sie fragen nach der Verteilung von wj, dann müssten Sie, wenn Sie die geometrische Verteilung jetzt begrifflich verstanden haben, das hat sofort was mit der geometrischen Verteilung zu tun. Nämlich, ich warte hier auf den ersten Treffer, zähle aber den Treffer mit. Also nochmal, Treffer heißt hier, Fach j wird besetzt und Niete Fach j wird nicht besetzt. Das heißt, wj minus 1, das wäre die Zahl der Nieten, hat eine geometrische Verteilung. Und den Parameter P kann man ausrechnen. Aber das ist hier nicht das Entscheidende. Es gibt nämlich eine entscheidende Erkenntnis und die ist die folgende. Sehen wir uns mal das Ereignis xn größer k an. Wenn wir dessen Wahrscheinlichkeit bestimmen könnten, dann wären wir schnell fertig. Und was bedeutet denn xn größer k? Das heißt, die Anzahl der Besetzungsvorgänge bis jedes Fach belegt ist, ist strikt größer als k. Das ist genau dann der Fall, wenn nach den ersten k-Besetzungsvorgängen noch mindestens einfach nicht besetzt ist. So mindestens einfach nicht besetzt heißt, es existiert ein j von 1 bis n. Das kann ich als Vereinigung schreiben. Und Fach j noch nicht besetzt heißt ja gerade, wj, das ist ja die Zahl der Besetzungsvorgänge, bis das Fach j mindestens ein Teilchen enthält, ist strikt größer als k. Diese Ereignisidentität ist der entscheidende Schlüssel. Und das gilt hier für jedes k größer gleich a minus 1. Wenn man diese Gleichheit von Ereignissen eingesehen hat, dann liegt es natürlich nahe, da man hier nur noch die Wahrscheinlichkeit einer Vereinigung von Ereignissen ausrechnen muss, dass man diese Wahrscheinlichkeit xn größer k mit der Formel des Ein- und Ausschließens bestimmt. Jetzt werden Sie fragen, naja, mich interessiert jetzt p von xn gleich k. Und p von xn gleich k, den Trick hatten wir auch schon mal, kann ich natürlich rausbekommen, indem ich die Wahrscheinlichkeit bilde von xn größer k minus 1. Größer k minus 1 heißt, größer gleich k. k, k plus 1, k plus 2 und so weiter. Nun, da steckt jetzt zu viel drin. Wenn ich dann aber subtrahiere, die Wahrscheinlichkeit xn größer k, das heißt, k plus 1, k plus 2 und so weiter, dann bleibt genau p von xn gleich k über. Das bedeutet, wenn wir das k als Parameter ansehen und p von xn größer k für jedes k bestimmen können, erhalten wir durch Differenzbildung auch die Wahrscheinlichkeit xn gleich k. Nun, machen wir das mal. Das ist nochmal unser Memo. Das Ereignis, was uns interessiert, ist die Vereinigung von Ereignissen. Wir nehmen mal k hier als fest an und kürzen das Ereignis wj größer k mit aj ab. Und was besagt die Formel des Ein- und Ausschließens? Die besagt die Wahrscheinlichkeit xn größer k als Wahrscheinlichkeit der Vereinigung der aj ist eine alternierende Summe. Der Summationsindex r läuft von 1 bis n minus 1 hoch r minus 1 mal und jetzt kommt ein sr und sr ist eine Summe von Wahrscheinlichkeiten und zwar von Wahrscheinlichkeiten über alle Durchschnitte von irgendwelchen r der n Ereignisse. Die Anzahl der Summanden ist hier n über r die Anzahl der Möglichkeiten aus den n Ereignissen r auszuwählen. Das haben wir schon vor einiger Zeit gehabt. Die Formel des Ein- und Ausschließens. Wir müssen also nur noch bestimmen die Wahrscheinlichkeit dieses Schnittes. Also sehen wir uns mal an was dieses Ereignis besagt a i 1 geschnitten und so weiter geschnitten a i r. Nun das Ereignis allgemein aj war die Wartezeit bis das j-fach besetzt wird ist echt größer k. Das bedeutet in den ersten k-Versuchen wird das Fach j ausgespart. Kommt nicht vor bei der Besetzung. Also der Schnitt dieser Ereignisse der da steht heißt die Fächer mit den Nummern i 1, i 2 und so weiter bis i r werden bei den ersten k-Besetzungsvorgängen alle ausgespart. Oder mit anderen Worten bei jedem der ersten k-Besetzungsvorgänge gelangt kein Teilchen in die Fächer mit diesen Nummern von i 1 und so weiter bis i r. Das geht Das geht natürlich nur wenn r nicht zu groß ist nur möglich bei r kleiner gleich n-s machen wir uns am einfachen Beispiel klar wenn n gleich 10 ist ich habe insgesamt 10 Fächer und belege jedes Mal 7 der Fächer es ist 7 dann kann ich natürlich nicht fordern dass irgendwelche 4 Fächer leer sein können 1 bis 4 das geht nicht weil bei einem Vorgang schon 7 verschiedene besetzt werden und damit nur 3 leer bleiben können also das ist hier eine Nebenbedingung der Zufall lässt sich natürlich nicht beeindrucken von den konkreten Indizes hier i 1 bis r sondern dem sind die Indizes egal das entscheidende ist nur dass es r verschiedene Fächer sind wenn ich einführe die Wahrscheinlichkeit q Index r Sie sehen hier einen Quotienten den ich sofort als Wahrscheinlichkeit deute denn was steht im Nenner im Nenner steht die Anzahl der Möglichkeiten aus allen n Fächern s auszuwählen das ist gerade so ein Besetzungsvorgang s auswählen von allen n wir nehmen ja Gleichwahrscheinlichkeit an im Nenner stehen also alle Möglichkeiten im Zähler stehen die Möglichkeiten aus irgendwelchen n minus r Fächern die ich spezifiziere s auszuwählen das bedeutet ich habe hier irgendwelche r Tabufächer diese dürfen nicht vorkommen aber ganz egal welche das sind es sind dann n minus r günstige und aus denen werden s ausgewählt mit anderen Worten dieses qr ist die Wahrscheinlichkeit dass bei einer s Auswahl r bestimmte Fächer frei bleiben nun haben wir die Unabhängigkeit der k Besetzungsvorgänge so das bedeutet die Wahrscheinlichkeit dieses Schnittes der a i j ist erstmal aus Symmetriegründen da die Indizes keine Rolle spielen kann ich ohne Beschränkung der Allgemeinheit die Indizes von 1 bis r nehmen und jetzt wegen der Unabhängigkeit der Besetzungsvorgänge ist das die Wahrscheinlichkeit dass bei einem Besetzungsvorgang diese Fächer mit den Nummern 1 bis r nicht vorkommen die Wahrscheinlichkeit ist qr aber ich habe k Besetzungsvorgänge also diese Wahrscheinlichkeit hoch k ja und wenn Sie oben in der dritten Zeile sich nochmal die Formel ansehen haben wir jetzt das Ergebnis die Wahrscheinlichkeit xn größer k ist diese alternierende Summe r von 1 bis n minus s minus 1 hoch r minus 1 und jetzt kommt das sr lauter gleiche Summen n über r und die Wahrscheinlichkeit ist qr hoch k so ich möchte das jetzt als Ergebnis festhalten ich habe eben schon gesagt durch Differenzbildung bekommt man aus diesen Wahrscheinlichkeiten die Wahrscheinlichkeit xn gleich k nochmal als Memo das a die Mindestanzahl der Besetzungsvorgänge die ich brauche also der kleinste Wert den die Zufallsvariable xn annehmen kann und nochmal hier das qr groß geschrieben und dann habe ich den Satz Verteilung der Anzahl der Besetzungsvorgänge für die Anzahl xn der Besetzungsvorgänge bis zur Besetzung aller Fächer im Sammelbilderproblem mit n Fächern und s Auswahl gilt erste Aussage die Wahrscheinlichkeit dass xn den Wert k annimmt ist wir sehen hier eine Summe die geht nur bis n minus s das liegt daran dass wir die Nebenbedingung eben hatten r kleiner gleich n minus s ansonsten sind die Wahrscheinlichkeiten null deshalb geht die Summe de facto nur bis n minus s und dann steht da minus 1 hoch r minus 1 mal n über r und jetzt haben wir das qr hoch k minus 1 mal 1 minus qr und dieses kommt durch die Differenzbildung wenn sie das letzte Produkt wieder auflösen haben sie zwei Summanden die sie subtrahieren wo sie einmal qr hoch k minus 1 haben und dann qr hoch k das gilt für jedes k größer gleich a und der Teil b der Erwartungswert von xn der baut sich so auf es fängt genau so an minus 1 hoch r minus 1 n über r und jetzt haben sie hier einen Quotienten das sieht ein bisschen komplizierter aus aber es wird sich gleich zeigen wie sich das ergibt und wir brauchen nur b-Beweisen der Beweis läuft so ab wir schreiben den Erwartungswert von xn als Summe k gleich a ist unendlich Wert mal Wahrscheinlichkeit k mal p von xn gleich k und setzen jetzt p von xn gleich k ein diese Summe die in a steht wir dürfen die Summationen vertauschen das liegt an einer absoluten Konvergenz bitte machen sie sich das klar das heißt ich darf die Summe von r von 1 bis n minus s nach vorne ziehen das minus 1 hoch r minus 1 dann haben wir noch den Binomialkoeffizienten n über r und jetzt käme das 1 minus qr noch nach vorne und jetzt haben wir eine Summe über k von a bis unendlich und dann steht hier k mal qr hoch k minus 1 wenn sich diese letzte Summe ansehen dann sollten sie wieder denken an die Ableitung einer geometrischen Reihe hier wird zwar jetzt von a summiert aber die geometrische Reihe sagen wir x hoch n wenn n von a bis unendlich geht dann können sie natürlich x hoch a ausklammern und haben dann eine ganz normale geometrische Reihe wo die Summation bei 0 beginnt das also noch als Hintergrund ich schreibe noch mal ab was dort oben steht und das ist dann nichts anderes als die Ableitung der Funktion x hoch a durch 1 minus x an der Stelle x gleich qr wenn sie da ableiten und x gleich qr einsetzen dann ergibt eine direkte Rechnung das was da drüber steht die Behauptung das möchte ich jetzt nicht vorrichten ich möchte Ihnen noch zwei Stabdiagramme zeigen von solchen Verteilungen nämlich einmal der Fall dass sie würfeln bis jede Zahl auftritt n gleich 6 und s gleich 1 da ist die minimale Anzahl 6 das bedeutet wenn sie 6 unterschiedliche Zahlen werfen in den ersten 6 Versuchen dann haben sie schon ihr Sammelbilder Problem gelöst dann haben sie schon alle Fächer belegt und die Wahrscheinlichkeit haben wir ausgerechnet nämlich dass bei 6 Würfen eines echten Würfels jede Zahl genau einmal auftritt hatten wir im Zusammenhang mit der Multinomialverteilung da kam ein sehr kleiner Wert draus von 0,015 und ein bisschen Sie sehen diese Höhe des Stabdiagramms nun die anderen Werte steigen jetzt an am wahrscheinlichsten wird es für 11 und dann fällt das Stabdiagramm wieder ab langsamer als es angestiegen ist ich zeige jetzt noch den ganzen Rest man nennt so ein Stabdiagramm was die Gestalt hat dass die Wahrscheinlichkeiten recht schnell ansteigen und dann langsamer wieder abfallen recht schief also hier kein symmetrisches Stabdiagramm ein recht schiefes Stabdiagramm ich gebe Ihnen noch ein zweites Beispiel hier hätten wir den Fall das Sammelbilderproblem mit n gleich 49 und s gleich 6 also Lotto und hier das wäre das Stabdiagramm sehen Sie auch diesen Eindruck einer recht schiefen Verteilung beim Lotto kann man sagen nach 52 Ausspielungen wenn Sie also die Summe der Stäbchenhöhe nehmen bis 52 sind ziemlich genau 95% der Wahrscheinlichkeiten erreicht das bedeutet nach 52 Ausspielungen wenn die wöchentlich wären wäre das also nach einem Jahr hat man mit 95% Wahrscheinlichkeit erreicht dass jede Zahl mindestens einmal Gewinnzahl war ja ich möchte weitermachen mit einem Grenzwertsatz für die Zahl der Besetzungsvorgänge stellen Sie sich vor bei diesem Fußballalbum hätten Sie wirklich 640 Fächer da kommt wahrscheinlich Maple nicht mehr zurecht mit der exakten Formel die Sie eben hatten und der Grenzwertsatz besagt folgendes ich möchte Ihnen nur für den Fall S gleich 1 hier geben Sie können sich vielleicht selbst überlegen wenn Sie das hier nachvollzogen haben ob Sie auch für allgemeineres S was aufstellen können für jedes X aus R soll gelten die Wahrscheinlichkeit dass diese Wartezeit XN ist zum Belegen jedes Faches kleiner gleich N mal Klammer auf X plus log N ist natürlicher Logarithmus ist E hoch minus E hoch minus X Sie sehen also hier wirklich etwas ominöses da hinten stehen wir werden aber gleich sehen weshalb das auftritt das ist gar nicht so schwer einzusehen und versuchen wir das mal zu beweisen für den Beweis nehmen wir ein beliebiges X an und wählen erstmal die natürliche Zahl N so groß dass X plus log N größer gleich 1 ist da wir einen Grenzwertsatz haben und nur etwas für N gegen N nicht gelten muss können wir das ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen dann setzen wir KN an als die Gauss Klammer von N mal X plus log N das entscheidende ist oben im Satz steht ja XN kleiner gleich N mal X plus log N aber wir müssen immer davon ausgehen dass XN kann ja nur ganzzahlige Werte annehmen und N mal Klammer auf X plus log N Klammer zu kann auch nicht ganzzahlige Werte annehmen das entscheidende ist dass die Wahrscheinlichkeit dass XN strikt größer ist als N mal X plus log N die wollen wir jetzt untersuchen Sie sehen im Vergleich zum Satz steht hier größer im Vergleich zu kleiner gleich ist also nichts anderes als die komplementäre Wahrscheinlichkeit von oben und für diese werden wir nachweisen dass die Konvergenz ist gegen 1 minus E hoch minus X und damit haben wir auch den Satz bewiesen auf jeden Fall diese strikt größer ist die gleiche Wahrscheinlichkeit wie XN größer als KN so wie KN definiert ist das liegt daran dass das XN nur ganzzahlig ist und wirklich hier die Gauss Klammer haben zunächst größeren ganzen Zahl nach unten gehen nun diese Wahrscheinlichkeit XN größer K die haben wir eben bestimmt das K hängt jetzt nur von N ab aber wir können die Formel verwenden von eben unsere Formel besagt das ist diese alternierende Summe R von 1 bis N minus 1 S ist hier 1 mal minus 1 hoch R minus 1 N über R QR hoch KN mit unserem QR von eben Sie sehen jetzt hier ein Problem nämlich wenn Sie hier einen Grenzwert bestimmen wollen sehen Sie das Problem das N taucht hier auf es taucht aber auch da auf und da Sie haben eine alternierende Summe und die Zahl der Summanden geht gegen unendlich und auch noch in den einzelnen Summanden steht das N und das ist natürlich die Frage wie man da rangehen sollte das sieht auf den ersten Blick sieht das recht kompliziert aus wenn wir eine feste Anzahl von Summanden hätten wenn hier nicht noch N minus 1 stehen würde als oberer Summationsindex dann wäre es leichter wenn wir nämlich zeigen könnten dass hier die einzelnen Bestandteile der Summe konvergieren für ein festes R werden nur endlich viele Summanden dann würde alles mit konvergieren das haben Sie in der Analyse gelernt wenn Sie eine Folge A N haben die konvergiert gegen A und B N konvergiert gegen B dann konvergiert auch A N plus B N gegen A plus B aber wir haben ja auch ein N stehen der große Vorteil ist der folgende wir haben wenn Sie sich erinnern für die Formel des Ein- und Ausschließens hatten wir Bonferroni Ungleichung und die helfen die Bonferroni Ungleichung besagen wenn wir nicht bis N minus 1 summieren sondern vorher aufhören und zwar wenn wir nach einer geraden Anzahl von Summen aufhören dann haben wir eine untere Schranke und wenn wir nach einer ungeraden Anzahl aufhören haben wir eine obere Schranke für die Wahrscheinlichkeit und hören wir mal nach ungeraden Anzahl auf dann wäre die Wahrscheinlichkeit die wir untersuchen wollen kleiner oder gleich sehen Sie die Summe R geht von 1 bis zu einem 2 U plus 1 für festes U und genauso können wir nach unten abschätzen die Wahrscheinlichkeit die uns interessiert ist mindestens 2 U als oberen Summationsindex auch U fest und jetzt kommt der entscheidende Punkt wenn wir zeigen könnten dass jetzt das was allzu mannt dasteht und den Faktor minus 1 hoch R minus 1 der ist uninteressant der hängt nicht von N ab aber wenn wir zeigen könnten dass N über R mal Q R hoch K N konvergiert und zwar für N gegen und endlich gegen den Quotienten E hoch minus X mal R durch R Fakultät dann wären wir ziemlich schnell fertig und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen diese Konvergenzbeziehung die hier unten steht die finden Sie auf dem Handout auf zwei Folien das wird ganz elementar gemacht aber auch zu einer Logarithmus Ungleichung aber das ist ja reine Analysis hat mit Stochastik herzlich wenig zu tun und aus dem Grunde möchte ich das hier ausklammern also wen es interessiert der sehe bitte nach die anderen mögen das glauben wir werden jetzt sehen wie schnell wir dann damit fertig sind und die Idee ist jetzt da wir eine obere Schranke haben und die Summanden einzeln konvergieren haben wir natürlich auch für unsere Wahrscheinlichkeit eine obere Schranke und insofern da die obere Schranke konvergiert gegen den Wert der jetzt hier dasteht da werden die Grenzwerte eingesetzt haben wir eine obere Schranke für den Limus Superior unserer interessierenden Zahlenfolge nämlich p von xn größer als n mal auf x plus log n das wäre eine obere Schranke und zwar für jedes feste u genauso haben wir eine untere Schranke Lim inf der kleinste Unterhäufungspunkt ist also mindestens Summe r von 1 bis 2u Sie sehen also dort wird die Summe abgebrochen bei 2u und es steht das gleiche da ja und das gilt für jedes feste u wenn wir jetzt noch zeigen könnten dass für u gegen unendlich diese beiden Schranken gegen das gleiche konvergieren dann hätten wir auch einen Grenzwert für unsere Folge was passiert wir lassen mal u gegen unendlich gehen was ist denn die Reihe Summe r von 1 bis unendlich minus 1 hoch r minus 1 e hoch minus x r durch r Fakultät nun dass Sie sehen dass minus 1 hoch r minus 1 wenn da hoch r stehen würde dann würde das harmonieren mit dem e hoch minus x in Klammern hoch r was im Zähler des Bruchs steht nun ich bekomme das natürlich hin wenn ich mit minus 1 vor die Summe ziehe dann habe ich die Summe r von 1 bis unendlich und jetzt steht da gerade minus e hoch minus x in Klammern hoch r durch r Fakultät so denken Sie sich mal minus e hoch minus x gedanklich als Z dann steht da Summe r von 1 bis unendlich z hoch r durch r Fakultät würde die Summe von 0 abgehen dann wäre das gerade die Exponentialreihe mit dem Wert e hoch z aber die Summe geht von 1 ab deshalb muss ich den ersten Summen subtrahieren für r gleich 0 und der ist 1 das ist also nichts anderes als minus einmal Exponentialreihe e hoch unser Z war minus e hoch minus x und ich subtrahiere die 1 und das ist nichts anderes als 1 minus e hoch minus e hoch minus x und das war zu zeigen denn das ist dann der Grenzwert für die komplementäre Wahrscheinlichkeit und damit ist der Grenzwert für die Wahrscheinlichkeit x n kleiner gleich n mal auf x plus log n zu genau e hoch minus e hoch minus x das wäre dann unser Ergebnis ja sie sehen hier kam auch ein wenig Analysis vor die Bironi Gleichung die Formel des Ein- und Ausschließens und interessant sind natürlich jetzt die Konsequenzen dieses Grenzwertsatzes und die wollen wir jetzt mal beleuchten also erstmal machen wir da noch ein Häkchen ran die Konsequenzen sind jetzt für die Sammler in gewisser Weise fatal nämlich das ist unser Satz und in etwas abgeschwächter Form steht also die Wahrscheinlichkeit dass xn kleiner gleich n mal x plus log n ist ungefähr e hoch minus e hoch minus x für großes n ich mache hier keine Untersuchung der Konvergenzgeschwindigkeit bei uns wird gleich 640 für das n eine große Zahl sein das ist eine Approximation hier und wir schreiben das Ganze nochmal um Sie sehen ich habe hier durch n geteilt da steht die Wahrscheinlichkeit xn durch n kleiner gleich x plus log n ist ungefähr e hoch minus e hoch minus x für großes n und was ist xn durch n das kann ich deuten xn ist die Zahl der Teilchen die ich brauche bis ich die vollständige Serie habe jedes Fach belegt und wenn ich das dividiere durch n dann ist das nichts anderes als die Anzahl der Teilchen pro Fach bis zur vollständigen Serie und Sie sehen für diese zufallsvariable Anzahl der Teilchen pro Fach steht darüber kleiner gleich x plus log n und das x steuert hinten die Wahrscheinlichkeit aber das entscheidende ist das n geht gegen unendlich und damit auch log n das bedeutet die Zahl der Teilchen pro Fach wenn die Zahl der Fächer immer größer wird bis zur vollständigen Serie wächst logarithmasch um das jetzt mal ein bisschen genauer zu untersuchen machen wir folgendes ich wähle eine Zahl p die strikt zwischen 0 und 1 ist und setze mal das e hoch minus e hoch minus x gleich p wenn ich das so ansetze p gebe ich vor kann ich nach dem x auflösen indem ich erstmal den ln bilde dann machen wir das zunächst mal dann habe ich log p ist minus e hoch minus x dann muss ich das mit dem Minuszeichen mal nehmen ich möchte an das x kommen und dann nochmal einen Logarithmus bilden dann hätte ich minus x und jetzt nochmal mit minus 1 multiplizieren ich bekomme jedenfalls x raus als Funktion von p wir können noch sagen ich bilde die Umkehrfunktion als Minus Log von Minus Log p und jetzt mache ich das mal für gewisse p's erstmal für p gleich 0,5 kommt ein Wert raus ungefähr 0,367 ich mache das für p gleich 0,9 da kommt ein Wert raus ungefähr 2,25 und ich mache es auch für p gleich 0,95 und da ergibt sich ein Wert von ungefähr 2,97 so mit diesem Wert gehe ich jetzt in unsere Approximation rein ganz oben in der ersten Zeile dazu brauche ich nehme jetzt mal n gleich 640 das ist also die Zahl der Plätze in dem neuen Sammelbilder Album für die Fußball Weltmeisterschaft die aktuelle ich untersuche jetzt den Fall der ist natürlich nicht ganz gegeben dass in jeder Tüte nur ein Bild ist das also Teilchen pro Teilchen einzeln fällt aber die Größenordnung die sich gleich ergibt ist auch für den Fall dass die Bilder in Tüten zu je 5 gekauft werden ähnlich das entscheidende was sich ergibt ich brauche erstmal den Logarithmus von 640 das ungefähr 6,461 und dann habe ich einmal dieses x Index 0,5 plus log n ist ungefähr 6,828 und wenn ich dieses multipliziere mit dem n dann bekomme ich ungefähr 4370 und das bedeutet die Wahrscheinlichkeit dass ich bei 640 leeren Plätzen im Sammelalbum eine vollständige Serie habe nach höchstens 4370 Verteilungen eines Teilchens oder Kauf von Tüten mit einem Spieler die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr 50% so das heißt ich habe nur eine faire Chance also 50% Wahrscheinlichkeit wenn ich 4370 Bilder habe das Album voll zu haben mit ungefähr der gleichen Wahrscheinlichkeit ist das dann noch nicht voll wenn meine Wahrscheinlichkeit größer sein soll wenn ich mir sicherer sein will das Album voll zu haben setze ich mal p gleich 0,9 dann komme ich hier auf ungefähr 5575 das heißt die Wahrscheinlichkeit dass nach dem Kauf von 5575 Bildern ich mein Album voll habe die Wahrscheinlichkeit ist ungefähr 90% 0,9 und wenn ich mir noch sicherer sein will 0,95 dann brauche ich schon über 6000 Bilder denn die Wahrscheinlichkeit dass ich nach dem Kauf von 6036 Bildern das Album voll habe ist dann ungefähr 95% aber Sie sehen das ist schon fast der Faktor 10 in Bezug auf alle Bilder alle Plätze im Album hier habe ich immer noch eine etwa 5%ige Wahrscheinlichkeit das Album noch nicht voll zu haben Sie sehen dass hier natürlich die Firmen erheblich verdienen es ist immer noch die gleiche Firma die hier diese Alben vertreibt sie hat viel Geld verdient in der Zwischenzeit natürlich ist die Wirklichkeit eine andere erstmal ist nicht unbedingt klar dass jedes Bild gleich oft vertreten ist im Prinzip wird es für Sie dadurch schwerer ich habe schon gesagt wir werden eine Übungsaufgabe haben dass Sie in einem ganz einfachen Fall sehen wenn die Fächer nicht gleich wahrscheinlich sind dass es nicht nur im Mittel länger dauert bis Sie eine vollständige Serie haben zum anderen kann man natürlich mit anderen Kolleginnen Kollegen Schülerin Schülerin tauschen das wird natürlich auch gemacht und es gibt auch die Möglichkeit einzelne Bilder für mehr Geld zu kaufen also hier stellen sich natürlich interessante Fragen und hier gibt es auch Möglichkeiten für Staatsexams arbeiten dass man zum einen sich überlegt wann ist hier ein optimaler Stoppzeitpunkt erreicht um für mich vielleicht den Erwartungswert der Kosten um ein Album zu füllen zu minimieren zunächst lohnt es sich vielleicht viele Tüten zu kaufen aber irgendwann habe ich dann doppelte dreifache also vierfache Bilder sodass ich kaum noch neue Bilder dazubekomme aber die Frage ist wann ist dieser Zeitpunkt erreicht wo ich tauschen sollte wo ich dann kaufen sollte und beim tauschen ist natürlich die Frage wird jetzt vielleicht wenn ich eine Serie komplett habe die zweite dann günstiger vielleicht auch eine dritte wenn ich dann schon viele Bilder doppelt und dreifach habe auch solche Fragen kann man untersuchen es gibt hier ein recht unerschöpfliches Reservoir für Fragen die mit diesem Sammelbilder Problem zusammenhängen ja ich möchte dieses Kapitel abschließen mit einigen Verständnisfragen auch für Sie etwas wo Sie zunächst mal aus dem hohlen Bauch heraus vielleicht eine Antwort geben könnten und interessanterweise hängt die Antwort oder die Herangehensweise davon ab wie viel Sie an Stochastik gelernt haben die Frage ist die also ich stelle erstmal eine Situation ein echter Würfel wird geworfen bis die erste sechs auftritt und jetzt mag es bei dem einen oder anderen sofort klingeln er sagt naja das ist doch die Bernoulli Kette warten auf den ersten Treffer und die Zahl der Nieten vor dem ersten Treffer und die 6 ist der Treffer hat eine geometrische Verteilung danach frage ich ich nicht ich frage danach wie wahrscheinlich ist es vorher vor dieser ersten sechs mindestens eine 3 zu werfen Sie können sich das ja mal überlegen zweite Frage wie wahrscheinlich ist es vorher genau zwei 3 zu werfen und die letzte Frage welche Verteilung besitzt die Anzahl der vor der ersten sechs geworfenen 3 interessanterweise passiert hier folgender Effekt und ich weiß nicht ob er auch bei Ihnen passiert wenn Sie wenig von Stochastik wissen dann werden Sie vielleicht hier ganz anders rangehen und ich werde Ihnen vielleicht mal nachher zeigen wie Ihre Schülerinnen und Schüler daran gehen würden Sie die jetzt alles mögliche gelernt haben in der Stochastik haben größere Schwierigkeiten wie würden sie rangehen normalerweise würde man hier wie folgt rangehen Sie würden sagen ich weiß nicht wann die erste sechs auftritt okay ich weiß aber wie die Wahrscheinlichkeit ist dass die erste sechs im Karten Versuch auftritt das haben wir ja gelernt über die geometrische Verteilung das Ereignis nenne ich mal AK die erste sechs tritt im Karten Versuch auf die Wahrscheinlichkeit kenne ich von AK unter der Bedingung dass die erste sechs im Karten Versuch auftritt sagen wir als Beispiel mal K gleich fünf erste sechs im fünften Versuch dann weiß ich bei den ersten vier Versuchen tritt keine sechs auf insofern habe ich eine Situation wo nur die Zahlen von eins bis fünf auftreten die dann gleich wahrscheinlich sind und das bedeutet genau zwei dreien ich nehme mal hier die Frage zwei zu werfen und ich habe K minus eins unabhängige Versuche jeweils Wahrscheinlichkeit ein fünftel und die drei hat die Wahrscheinlichkeit ein fünftel der Rest hat die Wahrscheinlichkeit vier fünftel das führt auf eine Binomialwahrscheinlichkeit das heißt wenn Sie das Ereignis mit B bezeichnen vorher genau zwei Dreien werfen dann kennen Sie auch die bedingte Wahrscheinlichkeit von B unter der Bedingung AK und würden dann nach der Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit summieren über alle K und würden rechnen und wenn Sie sich nicht verrechnen bekommen Sie bei der zweiten Frage raus ein Achtel und bei der ersten Frage bekommen Sie raus ein Halb dann fragen Sie sich natürlich weshalb ist das jetzt so simpel ein Achtel ein Halb und Ihre Schülerinnen und Schüler die würden gar nicht so kompliziert rangehen die würden folgendes machen die würden sich den Würfel hernehmen ich habe Ihnen mal hier die Fächer sehen das als Fächermodell an von 1 bis 6 nun was passiert sie würden einfach drauf loswürfeln der erste Wurf ergibt vielleicht eine 1 der nächste Wurf eine 4 dann kommt vielleicht nochmal eine 4 und dann werden die Schüler schon ungeduldig denn sie sagen es dreht sich doch hier nur um die 3 und um die 6 eine 1 2 4 und 5 wenn die auftreten ist doch eine Zeitverschwendung damit möchte ich mich gar nicht abgeben das heißt die machen folgendes die blenden einfach diese 4 Zahlen aus und sagen nur das ist entscheidend 3 oder 6 und wenn eine von den beiden Zahlen kommt dann sind die gleich wahrscheinlich ich kann doch folgendes machen um das Experiment zu beschleunigen ich nehme einfach eine echte Münze auf die eine Seite schreibe ich 3 und auf die andere 6 und dann fange ich an sehen sich die erste Frage an wie wahrscheinlich ist es vorher mindestens eine 3 zu werfen nun in diesem einfachen Modell heißt das erster Wurf 3 genau dann passiert das und die Wahrscheinlichkeit ist ein Halb so das bedeutet Sie haben hier die erste Frage beantwortet da kommt ein Halb raus jetzt kommt die zweite Frage wie wahrscheinlich ist es vorher genau zwei Dreien zu werfen bei dieser Münze heißt das 3 3 6 in dieser Reihenfolge und die Wahrscheinlichkeiten sind jeweils ein Halb also ein Halb mal ein Halb mal ein Halb und die Wahrscheinlichkeit ist ein Achtel dritte Frage welche Verteilung besitzt die Anzahl der vor der ersten sechs geworfenen Dreien Sie werfen jetzt hier diese Münze bis zur ersten Sechs die Sechs ist der Treffer die Dreien sind die Nieten die Verteilung der Nieten vor dem ersten Treffer die Anzahl ist geometrisch verteilt und hier ist die Wahrscheinlichkeit ein Halb das heißt das Ergebnis ist geometrische Verteilung mit Parameter ein Halb ja Sie sehen dass hier ein Effekt manchmal eintreten kann dass man durch zu viel Mathematik manchmal ich sag's mal etwas überspitzt den gesunden Menschenverstand verliert und Sie als Lehrerinnen und Lehrer sind natürlich später auch dafür da im Gymnasium bei allen Schülerinnen und Schülern den gesunden Menschenverstand auch bis zum Abitur aufrecht zu behalten und insofern sollten Sie auch mal an solche Probleme von verschiedenen Seiten herangeführt werden also das ist hier wirklich eine Lösung die dann wie Schuppen von den Augen fällt aber es ist Ihnen natürlich auch anempfohlen mal das andere auszurechnen wirklich dann mit den unendlichen Reihen über die Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit Ich muss das hier wieder wegwischen Ich möchte jetzt zu etwas Neuem kommen einer ganz wichtigen Verteilung die Poisson Verteilung Es ist eine grundlegende diskrete Verteilung und obwohl sie nach Poisson benannt wird war sie schon einem anderen nämlich Demois bekannt viel früher aber sie wird ungerechtfertigter Weise nach Poisson benannt Das kommt manchmal vor und das sollten Sie aber wissen Poisson sie trägt den Namen aber Poisson hat sie gar nicht entdeckt Sie entsteht das werden wir gleich sehen als Approximation der Binomial Verteilung wie in NP bei großem N und bei kleinem P Sie tritt auf approximativ bei Zählvorgängen mit sogenannten seltenen Ereignissen Ich gebe Ihnen mal Beispiele zum Beispiel Unfälle starke Erdbeben das muss man immer beziehen auf einen Zeitraum und eine Region oder Gewitter Selbstmorde und so weiter und konkreter zu werden betrachten wir eine Folge von Binomialverteilung Sie sehen hier das N als Parameter und das P hängt von N ab Das heißt wir haben eine Folge von Binomialverteilung bei denen N gegen unendlich geht und P von N abhängt und zwar in einer ganz bestimmten Weise wir setzen mal N mal P N gleich Lambda Nun da N mal P N der Erwartungswert der Binomialverteilung ist mit Parametern N und P N heißt das wir lassen den Erwartungswert konstant und Lambda sei eine Zahl die positiv ist und kleiner als unendlich also konstanter Erwartungswert also das heißt die erwartete Trefferzahl N mal P N bleibt konstant wir wollen uns mal überlegen was jetzt passiert bei N gegen unendlich nun wir nehmen mal ein festes K her und nehmen N so groß dass N größer gleich K ist wir betrachten einen Grenzübergang da gilt folgendes und ich habe Ihnen mal die Binomialwahrscheinlichkeiten hier hingeschrieben N über K P N hoch K 1 minus P N hoch N minus K und die formen wir jetzt einfach nur ein wenig um und zwar wie folgt ich schreibe erstmal hin N mal P N hoch K durch K Fakultät wenn Sie das mit links vergleichen dann stellen Sie fest P N hoch K das habe ich dort übernommen ich habe auch das K Fakultät vom Binomialkoeffizienten übernommen aber es steht ein N hoch K da und das N hoch K das taucht links nicht auf beim Binomialkoeffizienten taucht natürlich auf N Fakultät und dem Nenner den ich gemacht habe mit dem N hoch K rückgängig machen zum anderen taucht auch noch nicht 1 minus P in Klammern hoch N minus K auf aber ich schreibe Ihnen mal einen zweiten Faktor hin da steht jetzt N tief K im Zähler und das ist gerade N mal N minus 1 mal N minus 2 bis ich K Faktoren habe und wir wissen das ist gerade N Fakultät durch N minus K in K Fakultät insofern habe ich mit diesem N tief K und dem K Fakultät den Binomialkoeffizienten links erschlagen und ich habe durch den Nenner N hoch K das was ich eben falsch gemacht habe rückgängig gemacht es fehlt jetzt nur noch 1 minus P N hoch N minus K und jetzt mache ich folgendes ich schreibe 1 minus P N als 1 minus N mal P N durch N und jetzt steht da hoch N minus K ich schreibe aber nur hoch minus K und was jetzt noch fehlt als Faktor ist 1 minus N mal P N durch N hoch N jetzt habe ich die linke Seite wirklich komplett übernommen auf die rechte Seite das gleiche Zeichen stimmt also jetzt nun ich habe natürlich N mal P N eingeführt weil das gleich Lambda ist wir können jetzt vereinfachen also der erste Faktor auf der rechten Seite ist jetzt Lambda hoch K durch K Fakultät den zweiten lasse ich mal so stehen wie er ist beim dritten ersetze ich auch nur N mal P N durch Lambda also 1 minus Lambda durch N hoch minus K und beim vierten ersetze ich auch N mal P N durch Lambda also steht da auch dieses 1 minus Lambda durch N hoch N und was passiert jetzt das N steckt drin im zweiten Faktor N tief K durch N hoch K und nochmal das ist N mal N minus 1 mal N minus 2 bis N minus K plus 1 also K Faktoren dividiert durch N mal N mal N bis ich auch K Faktoren habe und hier konvergiert jeder einzelne Faktor gegen 1 und der erste schon N durch N ist 1 und N minus 1 durch N ist 1 N minus 2 durch N 1 beim zweiten Faktor sehen Sie der Exponent minus K ist fest N geht gegen unendlich die Klammer konvergiert gegen 1 und damit konvergiert der ganze Ausdruck auch gegen 1 beim letzten Faktor haben wir 1 minus Lambda durch N hoch N und Sie wissen aus der Analyse 1 plus X durch N hoch N Pirelles X geht gegen E hoch X und X ist nur minus Lambda das bedeutet das konvergiert gegen E hoch minus Lambda und damit konvergiert das ganze Produkt für N gegen unendlich und zwar gegen Lambda hoch K durch K Fakultät mal E hoch minus Lambda das ist also hier die Erkenntnis und wenn Sie sich das ansehen wir haben das für jedes K aus N 0 gemacht die Summe dieser Größen die wir am Ende erhalten haben der Lambda hoch K durch K Fakultät E hoch minus Lambda für K von Null bis unendlich ist gerade 1 denn wenn Sie summieren über K dann können Sie E hoch minus Lambda nach vorne ziehen aber Summe Lambda hoch K durch K Fakultät von Null bis unendlich ist gerade E hoch Lambda also ist das E hoch minus Lambda mal E hoch Lambda und das ist 1 so ich möchte das nochmal zusammenfassen und ein wenig allgemeiner aufschreiben nämlich wir haben eine Folge PN von Wahrscheinlichkeiten also Zahlen im Einheitsintervall mit der Eigenschaft und jetzt habe ich abgeschwächt gegenüber eben eben war immer N mal PN gleich Lambda für jedes N jetzt fordere ich nur noch Limes N gegen unendlich N mal PN ist Lambda wobei Lambda positiv ist und kleiner als unendlich und dann gilt dass dieser Grenzwert der Binomial Wahrscheinlichkeiten wie oben gleich E oben ist Lambda mal Lambda hoch K durch K Fakultät ist für jedes K aus N 0 So bitte überlegen Sie sich dass ich auch hier das etwas abschwächen kann gehen Sie einfach den Beweis nochmal durch das Ergebnis bleibt auch unter dieser schwächeren Voraussetzung dass nur N mal PN gegen Lambda konvergiert gültig wir haben eben schon gesehen die Ausdrücke die da rechts stehen diese E minus Lambda mal Lambda hoch K durch K Fakultät als Funktion von K in Abhängigkeit von K bilden eine Wahrscheinlichkeitsverteilung es sind nicht negative Zahlen die Summe ist 1 und das führt uns zur Definition der Poisson Verteilung man sagt eine Zufallsvariable X hat eine Poisson Verteilung mit Parameter Lambda Lambda positiv und wir schreiben dafür kurz wieder einen X Schlange und für die Poisson Verteilung PO und dann kommt der Parameter Lambda in Klammern falls gilt die Wahrscheinlichkeit dass X den Wert K annimmt ist E hoch minus Lambda mal Lambda hoch K durch K Fakultät für jedes K 0 1 2 3 und so weiter wir haben hier das Beispiel einer Wahrscheinlichkeitsverteilung das ist die erste die wirklich insofern idealisierend ist da eine Zufallsvariable unendlich viele verschiedene Werte annimmt denken Sie an so Experimente wie Binomialverteilung ich muss mich korrigieren wir hatten auch schon bei der geometrischen Verteilung eine Zufallsvariable die unendlich viele Werte annimmt aber hier haben wir noch eine ist also idealisierend sie ist eine Approximation der Normalverteilung Entschuldigung sie ist eine Approximation der Binomialverteilung die Normalverteilung kommt später und der Grenzübergang war eben der großes N kleines P N mal P ist Lambda und dann nähert sich die Binomialverteilung dieser Verteilung an diese Verteilung hat zwei wichtige Eigenschaften die man kennen sollte die erste Eigenschaft ist die wenn so eine Poisson verteilte Zufallszahl vorliegt dann sind Erwartungswert und Varianz gleich und gleich dem Parameter Lambda Lambda hat also eine doppelte Bedeutung als Erwartungswert und Varianz dieser Verteilung zweite Eigenschaft wenn ich zwei unabhängige Zufallsvariablen habe wobei die eine Poisson verteilt ist mit Parameter Lambda und die andere mit Parameter Mu dann hat die Summe wieder eine Poisson Verteilung und die beiden Parameter addieren sich die Poisson Verteilung mit Parameter Lambda plus Mu ja wollen wir uns mal diese Eigenschaften überlegen man nennt das hier das Additionsgesetz und Sie erinnern sich wir haben jetzt schon das dritte Additionsgesetz das erste war für die Binomialverteilung das zweite war für die negative Binomialverteilung und hier haben wir ein drittes Additionsgesetz für die Poisson Verteilung allen diesen Additionsgesetzen ist gemeinsam das ist immer um Summen von unabhängigen Zufallsfeiern geht also die Unabhängigkeit ist hier zentral bei solchen Additionsgesetzen und der Beweis sehen wir uns mal a an mit dem Erwartungswert hier gehen wir direkt in das Rezept rein Erwartungswert von x das war diese ich weiß nicht mehr weiter Methode Summe Wert mal Wahrscheinlichkeit also die Werte sind die k's von 0 bis unendlich Wert ist k mal Wahrscheinlichkeit e hoch minus Lambda Lambda hoch k durch k Fakultät um das jetzt auszurechnen befolgen wir allgemeine Rezepte Konstanten wie e hoch minus Lambda vor die Summe und dann können wir natürlich die Summe auch von 1 laufen lassen k von 1 ab denn der erste Summand mit k gleich 0 verschwindet aber wenn von k von 1 abläuft dann können wir das k gegen k Fakultät im Nenner kürzen dann bleibt im Nenner k minus 1 Fakultät über wenn wir dann noch von Lambda hoch k ein Lambda nach vorne ziehen dann entsteht e hoch minus Lambda mal Lambda und dann bleibt eine Summe über von k von 1 bis unendlich Lambda hoch k minus 1 durch k minus 1 Fakultät Sie sehen hier läuft k minus 1 von 0 bis unendlich und das ist natürlich nichts anderes als die Exponentialreihe diese Summe ist nichts anderes als e hoch Lambda also steht da e hoch minus Lambda ich ziehe jetzt schon mal Lambda nach vorne e hoch minus Lambda mal e hoch Lambda und das ist Lambda also haben wir nachgewiesen der Erwartungswert ist Lambda um die Varianz nachzuweisen kommt der Trick den wir schon mal hatten es macht auch hier Sinn erst auszurichten den Erwartungswert von x mal x minus 1 wenn ich den habe dann muss ich nur noch e von x addieren dann hätte ich dann e von x Quadrat erreicht und muss noch e von x in Klammern zum Quadrat subtrahieren hätte die Varianz und e von x haben wir eben ausgerechnet also was ist e von x mal x minus 1 dann hier wieder das Rezept Summiere Wert mal Wahrscheinlichkeit und hier sind es natürlich die Werte wir haben eine Funktion von x x mal x minus 1 das sind jetzt die Werte k mal k minus 1 und jetzt kommen wieder die Wahrscheinlichkeiten nun hier wiederholt sich der Trick im Wesentlichen die Summe darf von 2 abgehen die Fälle k gleich 0 k gleich 1 liefern keine Beiträge e hoch minus Lambda kann ich vorziehen dann ziehe ich von Lambda hoch k noch ein Lambda Quadrat nach vorne und von k Fakultät spalte ich ab k mal k minus 1 was sich dann wunderbar wegkürzt und dann behalte ich noch k minus 2 Fakultät also ich ziehe Lambda Quadrat nach vorne e hoch minus Lambda und habe die Summe k von 2 bis unendlich Lambda hoch k minus 2 durch k minus 2 Fakultät und das ist wieder die Exponentialreihe denn k minus 2 läuft von 0 bis unendlich also die Summe ist e hoch Lambda also habe ich Lambda Quadrat wieder mal e hoch minus Lambda mal e hoch Lambda und das ist Lambda Quadrat und so fahre ich jetzt fort wie bei der geometrischen Verteilung damit hätte ich auch die Varianz sehen wir uns noch das Additionsgesetz an xy unabhängig mit Poissonverteilung Lambda und µ sind die Parameter und dann soll x plus y wieder eine Poissonverteilung haben auch hier hatten wir eine Regel und zwar die Faltungsformel und mit der arbeiten wir die Wahrscheinlichkeit dass x plus y gleich k ist soll ausgerechnet werden und hier hatten wir wie bei der negativen Binomialverteilung haben wir eine Summe wir summieren über die Werte j die x annimmt und x plus y soll k sein y ist nicht negativ j kann nur von 0 bis k gehen und automatisch wenn x gleich j ist muss y gleich k minus j sein und wegen der Unabhängigkeit multiplizieren sich diese beiden Wahrscheinlichkeiten also das ist hier die Faltungsformel und wenn wir jetzt einsetzen Summe j von 0 bis k wir setzen für die erste Wahrscheinlichkeit den Ausdruck ein und für die zweite setzen wir den entsprechenden anderen Ausdruck ein dann erkennt man jetzt kann ich e hoch minus Lambda e hoch minus µ nach vorne ziehen dann habe ich den Exponenten e hoch minus Lambda plus µ in Klammern und dann sehe ich noch was unten im Nenner steht einmal j Fakultät und einmal k minus j Fakultät wenn im Zähler k Fakultät auftreten würde was es aber nicht tut hätte ich den Binomialkoeffizienten k über j nun um das zu erreichen und um noch mehr zu erreichen mache ich folgendes ich ziehe mal was nach vorne e hoch minus Lambda plus µ dann ziehe ich noch nach vorne Lambda plus µ hoch k warum werden Sie gleich sehen und ich teile durch k Fakultät beides muss ich jetzt rückgängig machen in der Summe und die Summe geht noch von 0 bis k Sie sehen jetzt den Binomialkoeffizienten erstmal k über j da steckt das k Fakultät drin was sich gegen das k Fakultät vor der Summe wegkürzt jetzt sehen Sie den Vorfaktor Lambda plus µ in Klammern hoch k nun den habe ich reingepackt Sie sehen dort rechts im Nenner einmal Lambda plus µ hoch j und einmal Lambda plus µ hoch k minus j wenn Sie das miteinander multiplizieren haben Sie Lambda plus µ hoch k und das ist jetzt ein schöner Trick denn wenn Sie gedanklich rechts in der Summe den Quotienten Lambda durch Lambda plus µ gleich x setzen dann ist µ durch Lambda plus µ nichts anderes als 1 minus x also steht da Summe j von 0 bis k k über j x hoch j mal 1 minus x hoch k minus j und da haben wir eine binomische Formel das ist nichts anderes als x plus 1 minus x in Klammern hoch k und x plus 1 minus x ist aber 1 also ist das e hoch minus Lambda plus µ Lambda plus µ hoch k durch k Fakultät mal 1 und Sie sehen das sind nichts anderes als die Wahrscheinlichkeiten einer Poisson-Verteilung mit Parameter Lambda plus µ und damit haben wir auch dieses Ergebnis mit der Faltungsformel ja da können wir einen Haken dran machen und an dieser Stelle möchte ich für heute schließen und wir sehen uns dann am kommenden Dienstag wieder Dankeschön mit der Faltungsformel und wir sehen uns dann die Faltungsformel mit der Faltungsformel mit der Faltungsformel